Tja, und den Landesvorsitzenden des BSW, stellvertretenden Ministerpräsidenten von Brandenburg, Robert Krumbach, dem grüße ich jetzt in Potsdam. Schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Herzlichen Dank und auch Ihnen einen schönen Abend. Herr Krumbach, Hand aufs Herz, wie groß war denn der Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist, als der zweite Wahlgang dann geklappt hat? Ach, ehrlich gesagt, gar nicht so groß, weil ich bin davon ausgegangen, dass das klappt. Ich hatte mir gewünscht, dass es im ersten Wahlgang klappt, aber im zweiten mit einem so guten Ergebnis von 50 Stimmen, dann ist auch sehr schön. Aber wissen Sie, die Demut vor den kommenden Aufgaben ist so groß, dass der Stein erstmal nicht so klein ist, der plumpst. Also großer Stein, über die kommenden Aufgaben wollen wir auch gerne reden, aber wir müssen jetzt auch nochmal darüber reden, woher denn die Stimmen kommen für Dietmar Woidke. Die CDU will es nicht gewesen sein, die AfD auch nicht, aber andere bieten es sich ja nicht an. Also klebt da ein Makel an dieser Wahl, dass eben doch die AfD mitgewählt hat? Nein, 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 überhaupt nicht. Also es ist auch völlig gleichgültig, wo die fünf Stimmen herkommen, ob die nun von der CDU kommen oder ob die von der AfD kommen. Herr Woidke ist ein sehr anerkannter Ministerpräsident, der hat das sehr lange gemacht. Der ist seit elf Jahren Ministerpräsident und wir haben einen ganz hervorragenden Koalitionsvertrag erarbeitet. Und ich denke, das findet sich dann auch in den 50 Stimmen wieder, diese Anerkennung. Aber jetzt musst du mir doch nochmal helfen, zu verstehen, warum das gleichgültig ist, wenn die AfD Herrn Woidke mitwählt. Das gab es ja schon mal an anderer Stelle in Thüringen auch und da war es ein Problem für Herrn Kemmerich. Also die Koalition, wir verfügen über eine Mehrheit von zwei Stimmen, wir haben 46 von 88 Sitze. Diese Mehrheit steht und wenn da jetzt noch ein paar Menschen dazugekommen sind, die Herrn Woidke zum Ministerpräsidenten gewählt hat, ist es natürlich kein Problem, das mit Thüringen überhaupt nicht zu vergleichen. Damals hat der dort gewählte Ministerpräsident keine eigene Mehrheit gehabt und das ist eine völlig andere Situation. Hier gibt es eine Mehrheit von BSW und SPD. Aber trotzdem fällt ein Schatten auf diese Wahl, da würden Sie mir zustimmen. Nein, da stimme ich Ihnen nicht zu. Ich finde 50 Stimmen für den Ministerpräsidenten ist ein ganz hervorragendes Ergebnis. Und ich sehe da nicht den Hauch eines Schattens, sondern ich sehe da viel mehr Aufbruch, eine gute Stimmung. Und wir sind uns der Verantwortung für das Land bewusst und wir werden die Aufgaben in den nächsten fünf Jahren gut meistern. Das ist ein besonderer Vertrauensvorschuss, wenn man mehr Stimmen bekommt, als die eigene Koalition hat. Und das ist überhaupt kein Schatten, ganz im Gegenteil. 61 Prozent der Brandenburger sehen diese Regierungskonstellation kritisch, finden die weniger gut oder schlecht. Wie viel Vertrauen ist da drin? Naja, das Vertrauen spiegelt sich im Wahlergebnis. Die SPD und wir, wir sind die einzigen Parteien, die über eine Mehrheit im Parlament verfügen. Wenn man mal davon absieht, dass selbstverständlich auch die SPD mit der AfD eine Mehrheit stellen könnte. Aber das funktioniert nicht, das wissen Sie auch. Und von daher ist das die einzige rechnerische Möglichkeit. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag, den wir ausgehandelt haben, anschaut, dann werden Sie feststellen, dass wir gute Projekte miteinander vereinbart haben, dass wir für mehr Löhne sind, dass wir für bessere Löhne sind, dass wir eintreten, dass alle Krankenhausstandorte erhalten werden. Und wir werden das Vertrauen aller Brandenburgerinnen und Brandenburger erreichen. Und wir werden das auch nicht enttäuschen, sondern erfüllen. Ja, das habe ich gesehen im Koalitionsvertrag, Ihr Vorhaben. Jetzt haben Sie aber doch auch ein Problem, dass nämlich die Kassen des Landes ziemlich leer sind. Ihre Vorgängerin im Finanzministerium hat ja noch Ende Oktober gesagt, dass die Steuerschätzung Mindereinnahmen gezeigt hat. Wie wollen Sie denn dann diese Vorhaben umsetzen? Also das Land Brandenburg verfügt immer noch über sehr hohe Steuereinnahmen. Es ist richtig, dass wir etwas klüger priorisieren müssen, als das in den letzten Jahren gemacht worden ist. Aber das ist Aufgabe von Politik zu priorisieren. Und das wird auch meine Aufgabe als Minister der Finanzen sein, in den nächsten Wochen schnell einen Haushalt aufzustellen, wo wir politische Prioritäten setzen, Priorität auf soziale Gerichtigkeit, auf wirtschaftliche Vernunft. Und das werden wir tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass das gelingt. Wir brauchen keinen Sparhaushalt, sondern wir müssen schauen, was wir tatsächlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln alles ermöglichen können. Und das ist auch mein persönlicher Auftrag. Sagt Robert Krumbach, der brandenburgische Finanzminister und Landesvorsitzende des BSW. Danke für Ihre Zeit, Herr Krumbach. Herzlichen Dank Ihnen. Einen schönen Abend. Auf Wiederschauen.